Moin Moin liebe Pyrostov Army und willkommen zum Test der Le Tigre Z, das ist eine 40er Knallmatte, sehr schönes Design auf jeden Fall, also ich beziehe mich natürlich nicht auf die Rückseite und ja nach dem Cut werden wir wieder mal zünden. So, jetzt die Matte, extrem laut für diese Größe, sehr empfehlenswert, das war's mit dem Video, bis dann und bleibt dran, ciao Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017